Hallo zusammen, ich bin Delot Unzula, spiele zur Zeit bei der Spielvereinigung Wessling-Urfeld und trage dort die Nummer 11 und bin aktueller Stürmer. Ich möchte euch heute gerne meine Traum-Elf vorstellen. Ich fange an im Tor mit dem Alexander Monat. Er spielt zur Zeit bei Viktoria Köln, ist leider halt nur zweiter Torhüter, da der noch sehr jung ist. Ich habe damals mit dem in der B-Jugend gespielt, ein überragender Torwart, selten sowas Gutes gesehen. Auf der rechten Seite habe ich den Jan Grahn als rechten Verteidiger. Ich glaube, ich kenne wirklich keinen Spieler, der schneller ist als der auf dieser Position und sehr zweikampfstark und ein solides Spiel immer spielt. Im Verteidiger habe ich einmal den Stefan Heiler und den Benedikt Seger. Stefan Heiler, ich kenne den seit klein auf. Vom äußeren Erscheinungsbild denkt man, dass er wirklich ein Anti-Fußballer ist, aber selten so einen zweikampfstarken Spieler gesehen. Daneben den Benedikt Seger, mit dem spiele ich jetzt bei Wessling Urfeld, auch jetzt das erste Jahr, erste Saison. Ein sehr starker Linksfuß, spielt sehr gute Bälle und hat eine sehr gute Technik. Auf der linken Seite mein Bruder natürlich, Herve Nogi und Zola. Der spielt zur Zeit in der Regionalliga bei FC Verl. Ich brauche dazu einfach gar nichts zu sagen. Dann habe ich ein Dreier-Mittelfeld. Auf der linken Seite meinen kleinen Bruder Rolf und Zola. Auch Linksfuß, sehr schnell, sehr technikstark, einen sehr guten linken Schuss. In der Mitte haben wir den Rolf Christel-Gemir, mit dem durfte ich den Merten spielen. Ja, war früher mal Profi. Ich glaube, der hat über 16, 17, 18 Jahre Profifußball gespielt. Ein überragender Sechser, spielt zur Zeit bei SSV Merten. Ja, wäre auf jeden Fall schön, wenn wir wieder zusammenspielen könnten. Auf der rechten Seite habe ich den David Strack, mit dem früh in Merten gespielt. Jetzt haben wir uns wieder in Wessling getroffen, spielt jetzt auch zur Zeit bei Wessling Urfeld wie ich. Überragende Technik, überragender Spielmacher. Und wenn er will, kann er echt Großes bewirken auf dem Platz. Vor einem Sturm habe ich einmal rechts Kenito Proenza. Ich habe mit dem Proenza hier bei Wessling quasi letzte Saison spielen dürfen. Dann hat er sich leider schwer verletzt. Ich habe noch nie so einen Spieler gesehen, der wirklich so technisch dribbelstark ist. Und der hat in der letzten Saison, glaube ich, elf oder zwölf Öffmeter rausgeholt, weil den einfach nicht anders zu stoppen ist, außer mit einem Foul. Deswegen spielt er bei mir rechts vorne. Im Mittelsturm habe ich den Daniel Tonke. Ja, den kennt man natürlich auch. Mit dem hatte ich echt eine super Zeit in Merten. Ich bin mit dem aufgestiegen. Wir waren das beste Sturm-Duo in der Landesliga zusammen. Wir haben beide zusammen, glaube ich, über 30 Tore geschossen in der Saison. Und das war echt einfach nur wunderschön. Auf der linken Seite habe ich mich selber aufgestellt. Bis zum nächsten Mal.